Ah, ne, okay. Es gibt auch mal gute Nachrichten anscheinend. Was? Du hast Männer des Gesetzes getötet? Egal, wer sie waren, sie waren im Unrecht, ja, genau. Aber, was? Sie hatten komische Augen, vielleicht war es nur eine Bildung, ja, ist auch eine Bildung. Aber okay, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie auf der Straße rumgehe und irgendjemanden anfahre, ein Mann des Gesetzes, und ich sage, ja, gut, der hatte komische Augen, der hat es auch verdient. Kann auch nur eine Bildung gewesen sein, sagt er bestimmt auch, ja, fahren Sie weiter, ist kein Problem. Nun, ich sehe, du hast dich nicht sehr verändert. Das ist bedenklich, durchaus. Dieses alte Dojo aber auch nicht. Weißt du noch, wie wir gemeinsam trainiert haben? Oh, jetzt wird es aber ein bisschen Candlelight-Stimmung. Wie könnte ich diese Zeit je vergessen? Wir waren jung, unverbraucht. Haben es nicht besser gewusst. Ja, wahrscheinlich war Lin auch da. Oder auch nicht. Immer nur üben ist auf Dauer langweilig. Komm, Yunusuke, lass uns kämpfen. Zeit für ein D-D-D-D-Duell. Geht nicht, Kotaro, der Meister wird uns das Übel nehmen. Dann gebe ich Shit. Es schaut niemand. Komm schon, das ist in Ordnung. Na gut, aber nur dieses eine Mal. Wenn man das Spielbild nicht sieht, könnte das rüber, komisch rüberkommen. Ah, gut. Okay. Übungskampf nehme ich mal stark an. Ja. Okay. Okay, wir können jederzeit raus. Hier können wir anscheinend dann ein bisschen üben einfach. Wow. Okay. Okay, lass mal sehen. Ich kann so einen kleinen Sidestep machen. Aber wie jemand diese Kombo hier macht, das weiß ich immer noch nicht. Ah, zeig wie du parierst. Wehre Angriff ab und drücke... Ah, okay. Ah, ja. Okay, okay, okay. Okay, und wenn ich nicht blocke... Ah, okay. Wenn ich nicht blocke, sondern nur angreife, dann mache ich trotzdem nicht die Kombo. What the fuck? Nein. Ah, verdammt. Hm. Okay, das ist auf jeden Fall parieren. Das ist easy. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Gut. Teach me, Senpai. Wir machen nur zwei Angriffe damit. Ich habe doch schon drei gemacht, oder nicht? Wupp. Bam. Alles klar. Gut. Stopp, ihr zwei grünen Schnäbel. Dafür seid ihr noch zu jung. Jetzt wird cheese set. Okay. Da hat sich definitiv... Vielleicht sollte man nochmal ein bisschen renovieren, oder so, weil... Das scheint schon ein bisschen länger her zu sein. Naja. Hey, Yokinosuke. Hörst du zu? Hm? Was? Sperr deine Ohren auf. Ich sagte, ich gehe zum Friedhof, um meine Ehre zu erweisen. Zum Friedhof. Du meinst, du gehst zum Tempel? Warum bist du so komisch? Ist was mit dem Tempel? Nein, nein, äh, du bist doch gerade erst hier. Wozu die Eile? Anmache wieder. Eindeutig. Diese Dinge gehen eben vor. Es ist meine Pflicht. Aber, aber... Dauert, dauert nicht lang. Hol den, äh, hol den Sake her. Es gibt viel zu reden. Ich habe irgendwie so ein komisches... Spiegelbild hier vom Fenster irgendwie auf meinem Screen. Deswegen war es gerade ein bisschen schwer zu erkennen. Oda. Kotaro Hiba. Seit wann seid ihr zurück? Rio Oda, der Militärprofessor. Immer noch der alte, wie? Ihr wollt also doch endlich Lord Toyo dienen. Nie im Leben. Warum verhalten sich eure Männer so aggressiv? Warum haben sie so komische Augen? Ich hoffe, ihr erstachelt sie nicht zu einem neuen Krieg auf. Die Zeit des Schwertes ist vorbei. Noob. Meine Eltern starben im Krieg. Dies hätten sie gern gehört. Gefällt mir ganz gut bisher. Denkst du, der Kotaro? Notoyo verlangt nach euch. Macht euch nun bereit. Ah, Diktatur, wa? Ja, sofort. Die haben fast die gleiche Stimme. Muss mir nochmal eine andere Stimme überlegen. Weil ich glaube, das sind mit so Hauptcharaktere. Und ich glaube, Yuki Nusuke geht irgendwann drauf. Na, Yuki Nusuke, wie geht's dir seitdem? Amunzu etwas Kopfweh, aber sonst kannst du noch... Ah, Gehirnwäsche. Wusste doch, dass du tapfer bist. Lord Toyo wird sich freuen. Halte noch etwas durch und du wirst unglaubliche Kräfte erhalten. Ah, okay, wir kämpfen haben ja gegeben. Kotaro Hiba ist zurück. Ja, er ist zum Friedhof gegangen. Zum Tempel. Hm, das ist ja lustig. Allerdings. Mir gefällt die Musik in dem Game. Die ist echt gut. Kotaru! Ähm, Kotaro! Fast. Okay, können wir nochmal zurückgehen, oder was? Erst zum Friedhof, da ruhe ich mich aus. Da? Was? Wo? Am Friedhof? Ruhst du dich aus? Egal. Okay. Random einfach mal eine Seitengasse abgewogen und schon gehen wir den richtigen Weg. Ist ja geil. Okay, schauen wir mal, ob die Kollegen respawnen. Ich glaub's aber irgendwie fast nicht. Glauben, glauben, glauben. Glauben heißt nicht wissen, um mal einen Gag von Dirkbach zu zitieren. Und pariert, easy. Komm mal her. Und zack. Yes. Okay. Beide erledigt. Wunderbar. Anstatt rumzuhängen, sollte ich zum Tempel gehen. Okay, dann machen wir das halt. Mein Gott, da wird immer jemand biestig. Aha. Das sieht nach einem Collectible aus, da hinten. Nein, ich wüsste, wie ich's aufnehmen. Ah, kann man hier. Ah, okay, da wird auch angezeigt, was was ist. Ähm, viereck schnell drücken, wenn schwer verwundet. Okay. Benötigte Mana-Punkte. Phönix. Drei Mana-Punkte brauchen wir, haben wir auch fast. Erfahrung ist das Gelbe, okay. Und das ist Mana-Punkte dann wahrscheinlich, denke ich mal, ne? Befehle gelten für, ja, logisch. Ah, ja. Und hier haben wir eine Karte sogar. Guck mal, einer an hier. Okay. Option. Lass mal sehen hier. Hm. Objekt. Was haben wir denn da? Was für Objekte der Begierde haben wir denn da? Okay, das Katana und das Herb. Ah, okay, mit Kreis benutze ich das. Okay. Lass mal kurz sehen. Das kann man, die beiden Sachen kann man doch aufnehmen, oder? Ah, Viereck. Heilkraut. Okay. Und was haben wir hier noch? Aha. Speicherpunkt. Alles klar. Jawohl. Ich dachte, Viereck ist automatisch irgendwie das Schwertzücken, aber das ist ja schon Dreieck. Hieran kann man nichts machen. Okay. Oh, Moment. Da war noch was. Und da ist auch noch was. Uh. Pull Dollar Dollar E. Nice. Sehr gut. Eine Schnitzeljagd hier. Aber wir können anscheinend auch erstmal ein bisschen leveln und uns ein paar XP holen von dem Typen. Was ganz cool ist. Und vielleicht droppen wir sogar teilweise was. Na, ich denke mal, das ist nach jeder, nach jeder Filmsequenz oder so. Kann gut sein, dass die wieder respawn. Okay. Da hat in dem Fall nichts gedroppt. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Müssen schon mal zücken. Man weiß nie. Äh. Was? Müsste man wissen, wo der Friedhof ist. Ah, okay, okay. Deswegen sind die vielleicht wieder respawn, weil wir jetzt zurück müssen. Das kann gut sein, dass es hier irgendwo ist. Genau. Erstmal ein bisschen auf Abstand gehen, Jungs. Hep. Dann du. Wupp. Kotaru. Falscher. Na, komm. Komm, komm. Yes. Two for once. Special. Yeah. Easy money. Hast du noch irgendwas an dir gehabt oder so? Nee. Gut. Nächster. Okay. Hm, jetzt wohl doch niemand. Oder doch? Aha. Wieso so ein dramatischer Einstieg für die beiden? Das sind nur zwei. Das haben wir gerade eben auch schon geschafft. Okay, die haben andere, andere Klamotos an, ne? Hep. Hep. Zumindest ist das Blut schön auf die, schön auf die Kleidung abgestimmt von den Kollegen. Fuck. Aber wirklich, schwerer sind die auch nicht. Hm. Oder kommt noch mehr? Etwas ist komisch an diesen Schlosswächtern. Da stimmt was nicht. Selbst mit dem Schwert. Merkwürdig. Gehen wir einfach mal weiter. Es ist nichts beun... What? Äh. The fuck war das? Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Dannzie. Ich gehe.